Herzlich willkommen zum Lecturecast Insolvenz. Die erste Frage ist, warum gibt es einen Lecturecast Insolvenz bei zivilrechtlichen Lecturecasts? An sich wird das Insolvenzrecht ja im Zivilverfahrensrecht behandelt, aber Sie sehen natürlich, wenn Sie das Zivilrecht lernen, dass an allen möglichen Stellen die Insolvenz Bedeutung für uns hat. Man sagt, das ist der Fluchtpunkt von Schuld- und Sachenrecht, dort müssen sich die Rechte bewähren, dort unterscheiden wir zwischen absoluten und relativen Rechten. Also offenbar ist die Insolvenz eine wichtige Situation, auch für uns im Zivilrecht. Versuchen wir das ein bisschen zu sortieren. Insolvenz ist die Situation der Knappheit. Insolvenz bedeutet nichts anderes, als dass wir eine Person haben, den Insolvenzschuldner, der nicht genug Aktiven hat, um alle seine Forderungen zu bedienen. Auf die Details der Insolvenztatbestände gehe ich jetzt nicht ein, das hören Sie wirklich im zivilgerichtlichen Verfahrensrecht. Das heißt, jemand hat weniger Geld, als er Verbindlichkeiten hat. Was die Rechtsordnung jetzt tut, ist, um zu vermeiden, dass sich der Stärkste oder das Gruppelloseste durchsetzt, dass der, wenn der mitbekommt, oje, da werden die Mittel knapp, noch rausholt, was es gibt. Um das zu vermeiden, wird ein geordnetes Gesamtverfahren abgeführt. Das heißt, in der Insolvenz verliert der Insolvenzschuldner seine Verfügungsmacht. Es wird ein Insolvenzverwalter bestellt und die Aufgabe dieses Insolvenzverwalters ist es, das, was da ist, möglichst gut zu verwerten und dann an alle Gläubiger möglichst gleichmäßig zu verteilen. Diese gleichmäßige Verteilung nennen wir die par conditio creditorum, die Gleichbehandlung aller Gläubiger. Weil in der Insolvenz nicht genug für alle da ist, werden Forderungen gegen den Insolvenzschuldner nur mit Quoten erfüllt. Es ist ja gerade nicht genug da, um alles zu erfüllen. Diese Quote, die sogenannte Insolvenzquote, ist etwas, was in Österreich so im Durchschnitt 7% beträgt als Erfahrungswert. Das kann natürlich viel mehr sein, das kann auch viel weniger sein, das kann auch null sein. Wie wirkt sich jetzt diese Insolvenz im Zivilrecht aus? Welche Bedeutung hat das? Auf Forderungen, welche Bedeutung hat das für Vertragsverhältnisse? Die einfachste Frage habe ich eigentlich schon beantwortet. Forderungen gegen den Insolvenzschuldner sind sogenannte Insolvenzforderungen und die werden eben nur anteilig befriedigt. Das ist Ausfluss dieser Idee von der par conditio creditorum. Wie schaut es mit Forderungen der Insolvenzmasse aus, also Forderungen, die der Insolvenzschuldner hat? Ja, das sind ganz normal Forderungen, die weiter Bestand haben. Der bloße Umstand, dass ich jetzt Mittelknappheit habe, dass ich als Insolvenzschuldner nicht genug Geld habe, um alle meine Gläubiger zu bezahlen, heißt ja nicht, dass ich von meinen Schuldnern nicht sehr wohl alles bekommen kann. Das heißt also, Forderungen gegen den Insolvenzschuldner sind Insolvenzforderungen und werden nur anteilig erfüllt. Forderungen des Insolvenzschuldners, der Insolvenzmasse gegen Dritte, das sind ganz normale Forderungen, die von der Insolvenz nicht berührt werden. Das ist einmal der Einstieg ins Problem und das ist noch relativ einfach. Sehr häufig ist es aber so, dass sich Forderungen gegenüberstehen, nämlich in gegenseitigen Verträgen. Und hier sieht die Insolvenzordnung besondere Regeln vor. Wenn nämlich ein solcher zweiseitiger Vertrag noch nicht vollständig erfüllt ist, dann hat der Insolvenzverwalter die Möglichkeit, sich von diesem Vertrag zu lösen. Was ist der Gedanke? Das einfachste Beispiel, der Insolvenzschuldner hat ein Auto gekauft, der Autokauf war für ihn wirtschaftlich nicht günstig, er hat teuer gekauft. Es ist noch nicht bezahlt worden, es ist noch nicht das Auto übergeben worden. Das ist die einfachste Variante. Wir sind also in der Konstellation eines beiderseitig nicht erfüllten Vertrages. Der Insolvenzverwalter hat jetzt die Möglichkeit, sich zu überlegen, will ich in diesen Vertrag einsteigen? Wenn ich das tue, dann bekomme ich das Auto, aber dann muss ich den Kaufpreis bezahlen. Und zwar voll als sogenannte Masseforderung, nicht nur als Insolvenzforderung. Das bedeutet, beim beiderseitig nicht erfüllten Vertrag hat der Insolvenzverwalter das Wahlrecht, die Erfüllung zu wählen und dann wird der Vertrag ganz normal abgewickelt, so als gäbe es gar keine Insolvenz oder er kann vom Vertrag zurücktreten. Dieses Rücktrittsrecht räumt in § 21 der Insolvenzordnung explizit ein. Das bedeutet auch, wenn der Insolvenzverwalter zurücktritt, dann handelt er nicht rechtswidrig. Aber § 21 knüpft an diesen Rücktritt einen verschuldensunabhängigen Schadenersatzanspruch des Vertragspartners. Der Vertragspartner meldet diese Forderung, nämlich die Forderung auf das Erfüllungsinteresse, im Insolvenzverfahren an und die Forderung ist dort eine Insolvenzforderung. Und jetzt müssen wir die Dinge verknüpfen, die wir bisher schon gesagt haben, dann verstehen Sie die Wirkung des § 21. Wir haben gesagt, das ist ein ungünstiger Vertrag, von dem sich der Insolvenzverwalter löst. Dann haben wir gesagt, daraus resultiert aber ein Schadenersatzanspruch gegen die Masse. Eigentlich wirkt das ja ungünstig. Jetzt kriege ich nicht einmal das Auto, aber muss trotzdem Schadenersatz leisten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Schadenersatzanspruch eben nur eine Insolvenzforderung ist. Der Insolvenzverwalter hat also die Möglichkeit, das Erfüllungsinteresse zur Insolvenzforderung down zu graden, indem er vom Vertrag zurücktritt und kann sich so von ungünstigen Verträgen lösen. Damit wir es im Verständnis ein bisschen festigen, wie wäre es, wenn die Insolvenzmasse das Auto schon bekommen hätte, das heißt, wenn der Verkäufer des Autos vorgeleistet hätte und jetzt nur mehr die Insolvenzmasse den Kaufpreis schuldet, das ist für die Masse der Best Case. Sie hat das Auto schon, hat schon Eigentum am Auto bekommen und muss den Kaufpreis nur als Insolvenzforderung zahlen. Denn Vorsicht, das ist kein beiderseitig nicht erfülltes Geschäft im Sinne des §21 I.O. mehr, denn es wurde ja bereits Eigentum am Auto übertragen. Wer vorleistet, nimmt also ein Insolvenzrisiko seines Vertragspartners in Kauf. Das ist etwas, was Sie in den Lehrveranstaltungen oft hören und jetzt versteht man es auch. Wer das Auto schon hergegeben hat, der ist dann mit seiner Kaufpreisforderung auf die Insolvenzquote angewiesen und da können Sie natürlich sofort die Querverbindung zum Eigentumsvorbehalt herstellen. Denn weil Verkäufer, die vorleisten, sehr ungern das Insolvenzrisiko des anderen nehmen, sehr ungern sich mit der Kaufpreisforderung auf eine Insolvenzforderung beschränken, wird sehr oft ein Eigentumsvorbehalt vereinbart. Drehen wir das Beispiel noch in die andere Richtung. Was wäre, wenn beim Autokauf die Insolvenzmasse vorgeleistet hätte, also der Kaufpreis schon bezahlt worden ist, aber das Auto noch nicht geliefert worden ist? Ja, das wäre die einfachste Variante, von der wir ganz am Anfang schon gesprochen haben. Die Forderung auf die Lieferung des Autos, also der Anspruch auf Lieferung der Kaufsache, ist ja einfach ein Anspruch der Insolvenzmasse und der ist ganz normal zu erfüllen. Jetzt wissen wir schon eine ganze Menge. Wir wissen, wie wir mit beiderseitig nicht erfüllten Verträgen umgehen. Wir wissen, was mit Forderungen der Masse passiert. Wir wissen, was mit Forderungen gegen die Masse passiert. Vielleicht sollte man bei den Forderungen gegen die Masse aber noch einen Gedanken dazu sagen. Forderungen gegen die Masse müssen ja nicht immer, wie das in meinem Beispiel jetzt der Fall war, Geldforderungen sein. Bei mir war es jetzt eine Kaufpreisforderung. Es könnte aber auch umgekehrt sein. Es könnte auch sein, dass der Dritte Anspruch aufs Auto hat, weil er das Auto von der Masse gekauft hat. Und wie funktioniert jetzt da eine Quotenmäßige Befriedigung? Es kann ja nicht sein, dass man dann nur zwei Reifen bekommt und den Rest vom Auto nicht. Das ist ganz einfach. § 14 der Insolvenzordnung trifft eine Regelung, die uns die Abwicklung von Insolvenzen erleichtert. Alle Forderungen werden zu Geldforderungen. Das heißt, wir bewerten das Auto, wir melden diese Forderung in der Insolvenz an und dann tun wir ganz normal weiter. Und wenn es eine Insolvenzforderung ist, dann haben wir eben auch hier nur eine Quotenmäßige Befriedigung. Wir sehen also, dass § 21 der Insolvenzordnung die Vertragstreue der Insolvenzmasse zum Schutz der Insolvenzmasse abmildert. Der Insolvenzverwalter kann aussteigen und das kann für die Masse günstig sein, weil bei einem für die Masse schlechten Geschäft nur mehr das Erfüllungsinteresse aus dem zugrunde liegenden Vertrag als Insolvenzforderung zu bezahlen ist. Während die Vertragstreue der Masse abgemildert wird, wird die Vertragstreue des anderen, der dritten Person, noch einmal gesteigert. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, es ist ja eigentlich in der Insolvenzsituation ganz nachvollziehbar. Jemand, der nicht genug Geld hat, hat wahrscheinlich schon vorher seine Rechnungen nicht bezahlt, ist vielleicht schon in Verzug. Irgendwem gegenüber muss er ja geradezu in Verzug sein. Normalerweise kann ich im Verzug nach § 918 nach Nachfristsetzung zurücktreten. Die Insolvenzordnung schaut auf diese Rücktrittsrechte aber ganz genau, denn die Sorge ist, wenn wir ein Unternehmen haben und dieses Unternehmen fortgeführt werden soll, das ist in der Insolvenz möglich, die Idealvariante der Insolvenz ist ja, dass wir eine Sanierung schaffen und dass wir dieses Unternehmen dann quasi nach einem Fresh Start weiter betreiben können. Wenn jetzt in der Insolvenz Dritte von Rücktrittsrechten Gebrauch machen, dann kann das bei einem Unternehmen, das fortgeführt werden soll, existenzvernichtend sein. Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn auf einmal der Energielieferant nicht mehr Strom liefert, der Handylieferant die Handyverträge abdreht. Die sind nicht einmal mehr erreichbar, die können nicht produzieren. Und deshalb sieht § 25a Insolvenzordnung vor, dass Rücktritte nur mehr aus wichtigem Grund erfolgen dürfen und sagt gleich dazu, ein Zahlungsverzug von vor der Insolvenzeröffnung ist kein wichtiger Grund. Klar, sonst würden wir uns ja selbst übertribbeln. Sonst wäre ja jede Situation, in der der Insolvenzschuldner vorher schon Rechnungen nicht bezahlt hat und das ist natürlich die typische Situation ein Fall, wo man den 25a aushebeln könnte. 25a beschränkt also Rücktrittsrechte auf wichtigen Grund, außer es ist, das ist jetzt schon ein Fall, der praktisch dann gar nicht mehr so oft vorkommt, außer es wäre für den Dritten mit einer besonderen Härte verbunden, als wäre das für ihn schon fast existenzvernichtend, wenn er weiter leisten müsste. Und warum wird das praktisch selten vorkommen? Da kommt jetzt wieder eine insolvenzrechtliche Besonderheit dazu. Forderungen, die nach der Insolvenzeröffnung entstehen, also sie sind der Mobilfunkbetreiber und bieten dem Insolvenzschuldner Mobilfunk an, schon ein Jahr vor der Insolvenz, Insolvenzforderungen, aber alles, was nach der Insolvenzeröffnung entsteht, sind sogenannte Masseforderungen und Masseforderungen sind voll zu befriedigen. Das ist auch irgendwie logisch, denn ich kann ja jemandem nicht zumuten, dass der immer weiter leistet, obwohl er schon weiß, dass er nichts bekommt. Das heißt, Masseforderungen für alles das, was nach der Insolvenzeröffnung passiert, sind vom Insolvenzverwalter voll auszubezahlen und damit ist diese Fortführung bestehender Vertragsverhältnisse dem dritten, also dem Vertragspartner des Insolvenzschuldners auch durchaus zumutbar. 25a nimmt ihm also Möglichkeiten der Vertragsbeendigung, die der dritte sonst hätte, der Vertragspartner des Insolvenzschuldners und 25b sichert das alles noch einmal, sagt nämlich erstens von 25a und 21, Wahlrecht des Insolvenzverwalters, kannst du nicht abgehen, das ist zwingendes Recht und außerdem kannst du keine Lösungsklauseln vereinbaren, denn findige Juristinnen und Juristen sind natürlich auf die Idee gekommen zu sagen, dann machen wir einfach kein Kündigungsrecht, sondern dann lassen wir den Vertrag einfach automatisch beenden, wenn eine Insolvenzeröffnung stattfindet. Das ist nach 25b der Insolvenzordnung nicht zulässig. Das heißt, wir sehen, der Vertragspartner wird im Vertrag festgehalten, als Ausgleich dafür bekommt aber für alles, was nach der Insolvenzeröffnung an Leistungen erbracht wird, die Gegenleistung als Masseforderung. Die Masse hat die Möglichkeit, sich leichter von Verträgen zu lösen. Es geht also um den Schutz des Vermögens der Masse. Das ist naheliegenderweise im Insolvenzverfahren der übergeordnete Regelungsgedanke. Und diesen Regelungsgedanken finden wir noch an einer anderen Stelle und da können wir die Brücke zum Sachenrecht schlagen. Sie wissen, dass Sachenrechte absolute Rechte sind. Und normalerweise sagt man das in der Abgrenzung zum relativen Forderungsrecht. Und man sagt, na, Sachenrechte sind von allen zu respektieren. Und typischerweise kommt man dann in der Lehrveranstaltung dazu, dass man sagt, deshalb ist ein Eingriff in ein absolutes Sachenrecht als Eingriff in ein absolut geschütztes Rechtsgut rechtswidrig und macht schadenersatzpflichtig. Das stimmt natürlich auch. Aber diese absolute Natur der Sachenrechte wirkt sich auch in der Insolvenz aus. Denn wenn absolutes Recht bedeutet, jeder hat das zu respektieren, niemand darf in dieses Recht eingreifen, dann ist jeder, der das respektieren muss, auch der Insolvenzverwalter. Auch der Insolvenzverwalter darf in absolute Rechte nicht eingreifen. Und damit sehen wir eine Grundfunktionsweise des Zivilrechts an der Schnittstelle zum Insolvenzrecht. Forderungsrechte, die man gegen die Masse hat, die werden gekürzt. Absolut. Absolute Rechte an Sachen, die in der Masse sind, die können nicht gekürzt werden, denn die sind, weil absolut, von allen zu respektieren. Auch vom Insolvenzverwalter, auch von den anderen Gläubigern. Was ist das primitivste Beispiel? Eine Sache, die ich dem Insolvenzschuldner geborgt habe. Mein Eigentum befindet sich in der Insolvenzmasse. Natürlich kann der Insolvenzverwalter nicht mein Eigentum für die Insolvenzgläubiger verwerten. Das wäre noch schöner. Ich kann mein Eigentum herausverlangen. Ich würde das außerinsolvenzlich mit der Revindicatio des § 366 ABGB tun. Aber der Gedanke hinter dieser Revindicatio ist ja, ich kann meine Sache überall herausverlangen. Sie kennen vielleicht das lateinische Rechtssprichwort ubi meam rem in venio, ibi vindico. Wo ich meine Sache finde, dort vindiziere ich sie. Und das gilt auch für die Insolvenzmasse. In der Insolvenz nennen wir diese Revindicatio, nennen wir diese Eigentumsklage Aussonderung, ein Aussonderungsrecht nach § 44 Insolvenzordnung. Und das Aussonderungsrecht heißt im Wesentlichen, ich muss mich mit den ganzen Insolvenzgläubigern überhaupt nicht abgeben, denn die Insolvenzgläubiger haben einen Anspruch darauf, dass das, was in der Insolvenzmasse ist, für sie verwertet wird. Aber meine Sache ist rechtlich nicht in der Insolvenzmasse. Sie ist vielleicht faktisch beim Insolvenzschuldner, aber von dem hole ich sie mir auch gleich wieder zurück. Nur, und auch hier sehen wir, wie das Insolvenzrecht das materielle bürgerliche Recht überlagert, während ich normalerweise meine Sache tatsächlich jederzeit von jedermann zurückverlangen kann, haben wir auch hier eine Ausnahme in den ersten sechs Monaten ab der Insolvenzeröffnung, und das ist die Parallele zu § 25a, haben wir eine Zwangsstundung. Der Gedanke ist wiederum, das, was da jetzt gerade beim Insolvenzschuldner ist, das braucht er vielleicht dringend zum Weiterarbeiten. Ich soll dem nicht jetzt etwa eine Maschine entziehen können, die sich bei ihm befindet. Ich sollte ihm jetzt Material nicht entziehen können, das sich bei ihm befindet. Das heißt, in den ersten sechs Monaten bin ich in meiner Revindicatio, in meiner Aussonderung gehemmt, eine Art gesetzliche Zwangsstundung. Und wenn das schon für Aussonderung gilt, also das stärkste Recht, das man sich vorstellen kann, mit dem ich mein Eigentum geltend mache, geltend mache, dass die Sache massefremd ist, gar nicht dorthin gehört, wo sie sich derzeit befindet, dann muss das natürlich auch für Absonderungsrechte gelten. Was ist das? Naja, Absonderungsrechte im 48 Insolvenzordnung sind Rechte an Sachen, wo die Sache sehr wohl in die Masse gehört. Das ist der Unterschied zum Aussonderungsrecht. Dort ist die ganze Sache schon fehl am Platz in der Masse. Bei Absonderungsrechten gehört die Sache sehr wohl in die Masse. Aber sie ist jemandem zur bevorzugten Befriedigung zugewiesen. Wie bekomme ich etwas zur bevorzugten Befriedigung zugewiesen? Na, der einfachste Weg ist, dass ich mir ein Pfandrecht einräumen habe lassen. Jetzt könnte man die Frage stellen, kann denn das dann überhaupt sein, dass die Sache nicht bei mir ist, dass die in der Insolvenzmasse ist? Sie dürfen sich das erstens nicht so geografisch vorstellen, denn auch wenn die Pfandsache bei mir ist, im Rahmen des Faustpfandprinzips nach 451 ABGB, ist sie ja trotzdem noch Eigentum des Pfandbestellers. Aber es sind natürlich auch Konstellationen denkbar, wo sogar geografisch die Pfandsache noch beim Pfandbesteller ist, nämlich dann, wenn eine Verpfändung durch Zeichen 452 ABGB zulässig ist. Und diese Absonderung, die realisiere ich tatsächlich auch außerhalb des normalen Insolvenzverfahrens, indem ich meine bevorzugte Befriedigung, mein Pfandrecht geltend mache. Aber auch das könnte natürlich in diesen ersten sechs Monaten für die Masse ein großes Problem sein. Auch da habe ich deshalb eine Zwangsstundung nach Paragraph 11 der Insolvenzordnung. Und wenn wir da jetzt so insgesamt drauf schauen, dann verstehen wir jetzt vielleicht auch besser, warum die Frage von Insolvenzrisiken auch in zivilrechtlichen Lehrveranstaltungen so oft vorkommt. Denn die Frage, was das Recht wirklich wert ist, die spitzt sich in der Insolvenz zu. Und was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass relative Forderungsrechte gekürzt werden. Das heißt, das sind die Rechte, die am meisten darunter leiden, dass wer anderer Insolvent ist. Wir haben gesehen, dass bei Vertragsverhältnissen Paragraph 21 Insolvenzordnung der Masse mehr Spielraum gibt, zu Lasten des Vertragspartners der Masse. Und wir haben gesehen, dass die Paragraphen 25a und b den Vertragspartner der Masse zugunsten der Masse stärker einschränken, was Lösungsrechte vom Vertrag anlangt. Und zu guter Letzt haben wir die sachenrechtliche Güterzuordnung ins Insolvenzverfahren hineingespiegelt. Wir haben gesehen, ach das ist es, was man immer mit absolutem Recht meint, wenn es um die Insolvenz geht. Ich darf in diese Rechtsposition nicht eingreifen. Wir haben Aussonderungsrecht 44 Insolvenzordnung. Ich mache die Massefremdheit geltend. Unterschieden von Absonderung 48 Insolvenzordnung. Ich mache ein Recht auf bevorzugte Befriedigung geltend. Und wir haben gesehen, dass den zugrunde liegenden zivilrechtlichen Begehren, das wäre die Reivindikation und die Pfandrechtsklage 366 461 ABGB, in beiden Konstellationen durch die Zwangsstundung des Paragraph 11 der Insolvenzordnung noch einmal ein bisschen ein Riegel vorgeschoben wird, wieder zum Schutz der Masse. Und wenn Sie das nächste Mal hören, es geht ums Insolvenzrisiko, und das hören Sie ja im Zivilrecht in ganz ganz vielen verschiedenen Konstellationen, das fängt beim Eigentumsvorbehalt an, das geht über das Pfandrecht bis hin zur Rückabwicklung treipersonaler Schuldverhältnisse. Dort ist ja die Frage, wer von wem was zurückverlangen kann, in Wirklichkeit nur die Frage nach der Verteilung von Insolvenzrisiken. Wenn Sie das das nächste Mal hören, dann haben Sie jetzt schon im Hinterkopf, worum es dabei eigentlich geht.